Hi und herzlich willkommen zu den Hunt Showdown Abenteuer 9. Part 8 ist ja noch nicht so lange her und in der kurzen Zeit wurde ganz, ganz viel geklippt und ich hatte über 260 Clips oder so zum Nachprüfen bzw. zum Durchschauen und ich habe das Beste rausgesucht und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Nein, ich habe vorbeigeschossen. Er stand einfach still. Ah nein. Boah, er war schon wieder hier. Oh, 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 oh. Er lebt noch. Ja, er lebt. Ich kann nichts machen. Hanna, ich stecke in dem Hund drin. Oh, Flip ist auch nicht begeistert davon. Los nicht. Hottub-Stream, ne. Wenn ihr mal einen Hottub holt, dann mache ich auch einen Hottub-Stream. Ne, das ist gelogen. Würde ich nie machen. Holt mir bitte keinen Hottub. Das war zu schnell geplappert wieder. Wir haben den schnell gemacht, um jetzt jemanden zu lügen. Ja. Ich hab dem die Ben nicht geklaut. Nein, ach komm, geh weg. Weg, weg, weg. Ich hab ihm einfach den Ben nicht geklaut. Wo hast du denn? Der eine liegt hier und der andere? Da hinten am Baum. Was ist das denn? Der steht hier an der Le... Oh, der wollte gerade da hoch. Hallo mein Freund. Ach Gott, wie bist du denn gestorben? Da kommt der gleich wieder, oder? Nee, er... Nee. Man kann den auch nicht looten. Achso, der lockt den gerade weg. Der kommt zu dir. Nein. Oh, Heilung. Der hier unten. Oh, das war jetzt nicht so weit weg. 150. Apa. Jetzt auch Heilung. Nein. Ich bin alleine mit ihm hier drin. Du hast zugemacht. Du hast zugemacht. Nein, lass mich. Ich möchte nicht sterben. Mach auf. Ja. Oh nein, kommst du hier. Nee, ich lock dir weg. Oh Gott sei Dank. Oh. Du kannst alles töten. Also Google sagt, Hodernsau gibt's nicht. Okay, pass auf. Okay Google. Was ist Hodernsau? Laut Net Doktor, Skrotum ist der medizinische Fachbegriff für den Hodensack. Es handelt dabei um eine Haupttasche mit zwei Fächern, in denen die beiden Hoden liegen. Auch die Nebenhoden und die Samen... Stopp! Reicht jetzt! Ja. War da tot. Sehr schön. Hey, ich hab da gerade ne Nating. Na schon wieder am Beatle. Mein Gott, warum geht die immer auf mich? Das sind die Stinkkäfer, die gehen zu den Stinkies. Stimmt nicht. Nein. Ich auch. Oh, hier ist auch einer. Ja, jetzt hab ich... Gehst du? Karma. Hier ist einer drin. Hier. Ich bin genau hinter ihm. Ja, ja, ja. Und hier ist noch einer. Oh, ich verpiss mich. Er schießt auf mich. Sag mal, wenn du schießen kannst. Noch nicht schießen, aber... Es sind beide hier drin. Oder zu dreh... Hinter dir ist einer! Ne, das bin ja ich. Sorry. Er schreckt mich da nicht. Nein! War das ein Pech, ne? Das ist doch ein Witz. Der wollte nicht... Der wollte so einen Namen haben. Ich hab ihn erschossen. Der ist da! Der ist da! Hinter dir! Hinter dir! Da an der Tür, wo du ihn erschossen hast! Hanna, da! Mit dem redest du? Dir! Mit dir! Hanna, rechts! An der Tür! Da! Hä? Das ist Sonja! Oh Gott! Ich hab keinen... Ich hab keinen Umkreis. Ich hab keine Umrahmung dran. Das... Das ist doch Buggy jetzt! Auf'n Dachy! Auf'n Dachy! Auf'n Dachy! Auf'n Dachy! Was vorne? Ach du Gott! Was machst du denn da? Wie? Was denn? Guck mal! Hahahaha! Du hast dein... Dein Arm auf'n Rücken und streckst deine Waffe durch dein Körper. Hahahaha! 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 Das ist die versteckte Person. Hahahaha! Das ist dumm aus! Das sieht... Das sieht... Ein kleines bisschen erinnert tatsächlich an T-Rex. Hahahaha! Das sieht... Bedrohlicher aus. Oh! Huch! Oh, okay. Das sieht bedroh... Da kommen welche! Nein! Am Tower! Nein, Tina! Hahahaha! Huch! Alter! Schwer! Habe mich gerade erschrocken! Wie ekelhaft ist das denn? Hast du deine Spiele jetzt doch ausgepackt? Ja! Hahahaha! Ja, und dann habe ich ein Bild von dir gesehen damit. Wow! Hahahaha! 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 Was haben sie für ein Ormo? Von den Black Eyed Peas? Hunde bei... Hunde bei... Stanley? Also... Das ist nicht der Name! Nein! Das kenne ich gar nicht von den Black Eyed Peas! Nein! Hunde bei Stanley! Hahahaha! Hahahaha! Ah ja! Das ist das neue Lied von denen! Oh! Hör auf die anzurammeln! Was machst du denn da? Die Mache! Die Mache! Ich bin ganz witzig... Jan ist so aufgeregt, dass er sich erstmal selbst flasht! Nein, ich flasche dich! Und die Tina! Flasch mich nochmal! Nochmal! Du flascht mich sowieso jeden Tag dann! Erst das erste Mal! Oh! Das ist ja süß! Hanna, mir läuft der Arsch aus. Das ist ja fürchterlich. Schade. Wo? Wo ist er? Hinter dir, hinter dir! Hey, wie hast du ein Ding geholt? Anderes Team schon. Der hat zwei Hits, lebt noch. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Nein. Hat er dich geholt? Ja. Der wollte auf mich schießen, hat dich geholt! Sorry, Tina! Oh no! Jetzt hab ich fast durch meine eigene Beine gelaufen. Und ich bin durch meine eigene Beine gelaufen. Hab den Schlüpper gesehen. Schlüpper, Schlüpper, bald wird er... Was? Keine Ahnung. Lala! Ich hab gedacht, du singst Cordula Grün. Oh nee! Cordula Grün! Die ist so besch... Die isst einfach ihren Kumpel auf. Und die auch! Er überlegt, ob er das Pferd essen soll oder nicht. Ich lass es lieber, ich krieg's mal ansprachen. Er steht da und hat überlegt, hm, was soll ich machen? Ähm, am Sack hätte ich fast gesagt. Was? Na ja, hier beim Heili, beim Karl Lauterbach. Ja. Der hat Fliegen vorne am... Na? Da sind die Giftfliegen. Ja. Er sollte sich, glaub ich, mal wieder duschen. Er wird überbewertet. Er ist Weihnachten wieder. Er guckt doch nach unten, guck mal. Wir haben Hanna verloren. Oh. Hanna, dein Rock ist aber aufgeblumstert, mein lieber Mann. Mach nochmal. War das deine eigene Falle? Das war also die eigene Falle. Richtig? Was passiert eigentlich, wenn ich dir auf die Waffe schieße, krieg's dann Schaden. Bleib mal so. Ja. Ne. Oha. Da hast du die Hand getrunken. Warte, ich versuch's bei dir mal. Den kleinen Finger getrunken. Den großen Finger. Den langen Finger. Ne, den, den Zeigefinger. Den großen, den langen. Aber was denkst du jetzt schon wieder? Ah, keine Ahnung. Hanna, ich brauch dich mal. Ja, ja. Er war in mir. Huh. Heilige Makrele, was ist los mit dir? Er macht einen Kopfstand. Was stimmt denn mit ihm nicht? Er hat einfach einen Kopfstand gemacht. Ach, da ist auch sein, ist ja dabei. Ach, du Scheiße. Wo ist die denn hingeflogen? Habt ihr das gesehen? Ne. Die ist einfach gerade in die Luft geflogen. Oha, Muni. Jetzt hat der andere aufgenommen. Topa Harley. Woher kenn ich denn das? Shotgun, äh nicht Shotgun, ähm. Na, wie heißt das? Shotgun, hier die Verarsche. Hotshots. 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 Willst du springen? Ja. Er springt. Wie kannst du das? Wie machst du das? Nein, das ist vorbei. Und nun? Oho, Scheiße! Oh oh. Oh oh. Ich möchte nicht drüber reden. Ich möchte gar nicht drüber reden. Das hat keiner gesehen. Hier unten ist ein rotes Fass. Das war ich selber. Ich habe es gesehen. Du musst reinhüpfen und dich ducken. Ich kriege Anfälle. Ich kriege Anfälle. Ich kriege Anfälle. Höher Fettchen. Nee. Also nee. Auf gar keinen Fall. Oh Mann. Was ist denn jetzt los? Ich kriege Anfälle. Okay. Mhm. Also ich sag mal so. Wir sollten rausgehen, wenn hier keiner ist. Ja, hier ist keiner. Sag mal. Ja. Ich hab keine Lust mehr. Was machst du denn? Oh Mann. Ich sag mal so. Lass uns bitte ganz schnell rausgehen. Jetzt kommt er zu mir. Oh nein. Jetzt kommt er zu mir. Oh nein. Oh mein Gott. Ach du Scheiße Tina, ich hab zwei am Arsch. Ach du Scheiße. Tina, die sind hier drehen und hier ist abgeschlossen. Was ist denn los? Hast du die Hose gekackt? Komm mal her jetzt. Müssen wir drauf schießen. Tina, guck mal. Da liegt was für dich. Bin gespannt. Oh Mann. 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 Sie geht doch noch rein. Noch rein. Ja natürlich. Oh hier steht ein Fass. Ich stehe ein rotes Fass. Du kannst es gleich wieder aufheben. Ja das wird nicht funktionieren Tina. Ich schmeiß sie ans rote Fass, weil der sich genau da aufbaut. Wetten? Es klappt. Es geht kaputt. Oh oh. Ich lebe noch! Ist das Lied von den Flippers? Lotusblume? Ja, ja, ja. Als die rote Sonne in Japan versank. Macht er mir Angst. Ne, das wurde gerade in den Chat geschrieben. Marc hat das geschrieben und Klausi hat das geschrieben. Rot wie Mohn war dein Mund, der versprach und es wird nun so. Bin wieder weg. Tschüss! Hat jemand irgendwas verloren von euch, Tina? Du bräuchtest was, oder? Hier hinten wäre halt ein Beetle-Baum, ne? Könntest du hier einen Beetle holen und könntest einen fliegen lassen. Okay, das wird's gemacht. Gar ja ohne Beetle, aber... Wie gehen wir hier eigentlich hin? Na ja, gut. Wie? Ach, ich bin Windy gelaufen, alles gut. Vor mir sind Enten hochgeflogen. Und da, Kret ein Pferd. Äh, Wiat ein Pferd. Einer liegt noch auf dem Dach, ne? Ich dachte, Mann. Ach, Mann. Manfred? Manfred? Manfred wolltest du nicht looten? Ne, Manfred ist schon weg. Manfred will nur raus hier, die Scheißrunde. Manni, was ist los? Ich bin Manni, das ist mein Mann, klar. Wenn der Nagel noch hier dran ist, pushe ich raus, ja? Ja. Eine sensationelle Idee. So, perfekt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Scrappy, hörst du mich? Hallo? Es könnte ein Problem werden hier. Hallo? 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 Ich höre dich. Echt? Hallo? Du hörst mich? Ja? Hallo? Ja? Hallo? So, wieder da. Vielleicht. Ihr werdet es nicht glauben. Mir ist eine kurze Hose ins Klo gefallen. Was? Was machst du denn? Ich wollte... Pass auf, ich habe gestern gewaschen und ich hänge ein paar Sachen in meinem Bad auf. Und ich wollte diese kurze Hose eigentlich heute anziehen. Da dachte ich mir, komm, die hängst du im Bad ans offene Fenster. Da trocknet die ganz schnell. Und jetzt wollte ich mir die schnappen. Dann ist sie mir aus den Händen geglitten und ist ins Klo gefallen. Origin! Alex... Em... Empla. Jan spricht Namen. Es tut mir wahnsinnig leid. Danke, 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 danke für dein Rate. Vielen, vielen Dank. Hanna, hilf mal. Wir schubsen sie zur Seite. Geht nicht. Das müsste... Was machst du da, Hanna? Gehst du? Hanna, du bist mute. Hanna hat sich gerade vor dich gewögt. Ich freu mich... Ich mach noch so... Ich drück's nicht hin. Die schon krasse Revolverhelden, ne? Wir... Wir zielen nur mit einer Hand. Haben wir einen? Nice! Wir sind krasse Re... Revolverhelden. Wie, nochmal? Verdammt nochmal, war das knapp. Ich bin einfach geradeaus weitergelaufen. Du bist gerade... Wie konntest du mich verfehlen? Du bist ein kleines Stück nach rechts gelaufen, als ich geworfen habe. Als ob das gerochen hättest. Aber das ist gut, wollen wir rein? Weil die hören uns ja jetzt gerade nicht so, weil die beschäftigt sind. Ja. Jetzt haben sie uns gehört, Tina. Ja, toll. Die haben... Offen werden. Habt ihr nicht gesehen? Die hab ich auch nicht gesehen. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mal hier hinten hingehen? Irgendwo? In Deckung? Und mal zwei, dreimal schießen, damit der hier ins Fenster kommt und guckt? Ja. Ich hab auch noch einen Käfer dabei. Ja. Aber erstmal schießen. Oh, es ruckelt gerade. Wow. Ah, ne, ne, nicht hier! Okay. Oder hier. Ist egal. Ja, ich lauf jetzt weiter. Ah, ich hab dein Ping nicht gesehen. Kannst du hier... Ja. Einer tot? Daumer! Geil! Hihi, das hat sensationell funktionieren. Oh! Der hat auch wieder Selbstfot gemacht! Hu, verloren! Hey, die Lippo! Jetzt guckst du da unten! Tu Kacko! Oh! 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 Du bist deutscher, gell? Du bist deutscher, gell? Ja! Das andere Team ist immer noch hier auf der Seite. Ja! So einfach zu hören, Uli, du musst an deinem Englisch! Ja, musst du wirklich. Hört man sofort. Ja, also... Ich check grad nochmal, wie viel hast du gesehen. Jetzt wissen die auch meinen Namen. Bist du irre? Bist du irre, Mensch? Oh, da kommt was. Oh, die kommen. Vielleicht kommen wir dann doch. Einer tot? Gar nicht. Und du sagst, ich höre Affen. Ich höre Affen schreien. Bleib mal stehen. Bist du Affen? Ja. Da hat, da, also... Ja, ich habe letztens eine Doku gesehen über solche Affen im Dschungel und die haben genauso geschrien wie hier im Hintergrund. Kein Spaß. Oh, anderes Team, sag ich ja. Scheiße. Ja. Der steht neben mir. Einer ist hier auf der Treppe, glaube ich. Was ist das? Das warst du! Ich würde gern pushen. Ist der jetzt auf dem Dach oder was? Nee, unten, 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 unter dir. Unten, okay. Ja, jetzt ist... Ja, dann geh du mal vor. Mal. Wir hauen ihn! Nice. Ich habe gesagt, er hat auch was gesagt. Ich glaube, da kommen welche. Kipp mich auf! Nee, da kommen keine. Kipp dich auf! Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Wow, das ging jetzt länger als gedacht tatsächlich. Über 22 Minuten, fast 23 Minuten, sehr, sehr krass. Hat auch jetzt sehr, sehr lange gedauert, die ganzen Clips zusammenzumachen. Dann habe ich natürlich ein sensationelles Cover noch gemacht für Hannas neues Lied, beziehungsweise für das neue Lied von Black Eyed Peas, Hunde in Stanley. Wer kennt es nicht? Könnt ihr jetzt kaufen. Einfach bei Amazon eingeben, da findet ihr das. Keine Sorge. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Demnächst wird es wieder eine geben. Ich darf nicht so lange warten. Wobei, so lange war das gar nicht. Es waren jetzt zwei Wochen oder so. Und da kamen 260 Clips zusammen. Und wie gesagt, das sind die besten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es waren an die, ich glaube, 77 oder 76 Clips habe ich jetzt verarbeitet. Sehr, sehr krass. Vielen, vielen Dank an die Leute, die immer kräftig clippen. Da gibt es immer mehr solcher Videos. Natürlich müssen wir irgendwelche Vorfälle immer im Stream haben, was manchmal nicht so toll ist, wie man ja gesehen hat, aber oft sehr, sehr lustig. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich bin ab Montag erst wieder live auf Twitch ab 14 Uhr. Ansonsten morgen früh, 9.30 Uhr, nächstes YouTube-Video. Wisst ihr Bescheid. Was gibt es noch zu sagen? Denkt an mein TeamSweek, das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben wir das extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade, wenn ihr selber TeamSweek machen will. RootServer, GameServe, WebServer, etc. sucht. Seid da an einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull, Monster, etc. Kein Zucker, kein Scheiß. Guckt es euch mal an. Ich bin super begeistert. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Mein Discord oder unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Haut rein. Tschüss.